Die beste World Cup Hero Karte im Preis-Leistungs-Verhältnis in FIFA 23. Sie ist 1,78 m groß, hat 3-ständige Spezialbewegung und 4-Sterne Weakfoot, kann ZUM, RM, LM und sogar LF spielen, hat 86 Tempo, 81 Schuss und 85 Stellungsspiel, hat zudem super Pass-Ratings und ne krasse Übersicht, dribbeln kann er auch noch mit 89 Beweglichheit, ist er sehr beweglich, verteidigen kann er auch, absolute Hullet Gang und physisch stark ist der Mann auch noch. Warum kostet diese Karte nur 250k? Ah, und darum ist Park Chi-Song